Und wir spüren. Wir spüren wieder den Atem. Wir können immer wieder zum Atem zurückkehren bei dieser Meditation. Und wir stellen uns vor, wir sitzen vor einer weißen Leinwand. Und Gedanken und gedankliche Bilder, die auftauchen, die versuchen wir schon beim Entstehen zu entdecken. Also wir gucken, wie und wann entsteht ein Gedanke. Und wer will, kann dann den Gedanken, wenn er sie bemerkt, auch einen Namen geben. Mal sehen, wann wir den Gedanken erkennen. Mal sehen, wann wir den Gedanken machen. Mal sehen, wann wir den Gedanken machen. Mal sehen, wann wir den Gedanken machen. Vielen Dank. 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 Schaut ganz entspannt dabei, schaut auf die Leinwand und wenn irgendwas entsteht an Gedanken, gedanklichen Bildern, dann nimmt wahr, was es ist und was damit passiert, wie es entsteht, wie es vergeht. Und sollten sich Gedanken an den Gedanken, wenn man sich Gedanken an den Gedanken anschließt, dann könnt ihr auch auf diesen Mechanismus schauen. Und dann sehen wir, wenn man sich, wie es ist, wenn man sich das, was hier, was ein, wenn man sich das, wie es ist, weil ich das, wie es ist, wie es ist, wie es ist. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Macht den Gedanken, macht auch nichts, nehmt es wahr, geht zum Atem zurück, erinnert euch an die Leinwand der Beise und macht die Übung weiter. Vielen Dank. 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 Vielen Dank.